Johannes Kepler wurde am 27. Dezember 1571 in Weil geboren. Er wirkte als Berechner und Deuter himmlischer Gestirnsbahnen sowie Theologe, Schriftsteller und Mathematiker. Von 1601 bis 1612 arbeitet Kepler als kaiserlicher Hofastronom und Hofmathematiker bei Kaiser Rudolf II. in Prag, der sich neben seinen Kunstsammlungen und den Naturwissenschaften hauptsächlich dem Sternenglauben widmete. In dieser Zeit arbeitete Kepler nicht nur an einer Erneuerung der Astronomie, sondern auch der Astrologie. 1602 veröffentlichte er in De Fundamentis Astrologie Zertioribus 75 Thesen, die er 1610 in Tertius Interveniens konkretisierte. Untertitel Warnung an etliche Gegner der Astrologie, das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Kepler ergänzte die von ihm herausgebrachten astronomischen Kalender durch astrologische Prognosen, besaß eine Sammlung von an die tausend selbst gezeichneten Horoskopen, fügte den bis dato überlieferten fünf petelemäischen Aspekten das Quintil, Biquintil und Quinkungs hinzu. 1628 trat Kepler in den Dienst des Kriegsfürsten Wallenstein, für den er etliche Horoskope erstellte. Am 15. November 1630 verstarb Kepler in Regensburg, wohin er völlig verarmt gereist war, um beim dort tagenden Reichstag längst fällige Schulden einzutreiben, mit denen er den Druck seiner hochmodernen astronomischen Tabellen bezahlen wollte. Er wurde in der naturwissenschaftlichen Fachwelt berühmt durch die Entdeckung von drei universellen Gesetzen der Planetenbewegung um die Sonne. Kepler wandte die irdische Physik auf die Himmelskörper an. Seinen Beobachtungen räumte er den Vorrang gegenüber den traditionellen Lehrmeinungen und der Bibel ein. Allerdings nutzte er als Grundlage vieler seiner wichtigsten Beiträge religiöse Argumente. Kepler selbst bezeichnete seine Feststellung nie als Gesetze. Für ihn drückten sie die Weltharmonie aus, die Gott geschaffen hatte. Kepler schloss aus astronomischen Beobachtungen, dass die Planetenbarn die Form einer Ellipse aufweisen, in deren einem Brennpunkt sich die Sonne befindet. Dies bezeichnet das erste Keplersche Gesetz. Bevor Kepler die Ellipsenform der Planetenbahn entdeckte, ging er wie seine Vorgänge von kreisförmigen Bewegungen der Planeten aus. Unser Modell ist einer Zeichnung aus Keplers Buch Mysterium Cosmographicum nachempfunden. In diesem ordnete er die Kreise in und um die fünf platonischen Körper an, um damit Zahlen und Abstände der Planeten zu erklären. Das zweite Gesetz besagt, dass die Planeten in der gleichen Zeit gleiche Flächen durchqueren. Das dritte Keplersche Gesetz setzt die Umlaufzeiten der Planeten in ein mathematisches Verhältnis zu ihrer mittleren Entfernung von der Sonne. Kepler vertrat die Ansicht, dass eine von der Sonne ausgehende Kraft die Planetenbewegung verursacht. Das heliozentrische Weltbild betrachtete Kepler nicht als hypothetisches Modell zur einfacheren Berechnung der Planetenposition, sondern als physikalische Tatsache. Mit dieser Ansicht stieß er sowohl bei der katholischen Kirche als auch bei seinen protestantischen Vorgesetzten auf erheblichen Widerstand. Mit dieser Ansicht stieß er sowohl bei der Katholischen Kirche als auch bei der Katholischen Kirche als auch bei der Katholische Kirche als auch bei der Katholische Kirche. Mit dieser Ansicht stieß er sowohl bei der Katholische Kirche als auch 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 bei der Katholische Kirche. Vielen Dank.